Hi! Mahlzeit! Willkommen! Ja, Martin, wie geht's? Hallo, Jemina! Was wär gut, Herr Lupe? Komm hier, Meuchten! Schatz, haben Sie jetzt den Meuchten? Du lockst uns hier zu dir her, hast du keine anderen Sorgen? Nein, ich wollte dich mal einfach wiedersehen, ich konnte ganz so weiter nicht durchlaufen. Hallo, Jemina, Frau Baller! Jemina, komm mit dir her! Hi! 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 Ja, du verlorens Sohn, äh, noch was wieder nach. Die wird mir nicht sprechen, wenn ich dir was habe. Warum fehlt mich denn hier eher noch vom Filmpoolteam? Nein, nein, es ist nur so, dass ich eine Erinnerung habe. Guten Tag! Hi! Hi! Gehst du gerade? Ich bin hier! Ich bin hier! Hast du deine Konferenz jetzt hier zu Martin verlegt, oder was? Bitte schön! Du! Ja, musst du mal weggehen! Nein! Hast du dich süß? Warte, nicht zu Wasser! Ja, da musst du mal wegstellen, schnell! Geht mal ein bisschen darüber! Oh, hauli! Boi! Schau mal weg! Meins! Ja, passiert mal! Ist das nicht süß? Ja, was? Guck mal! Du musst doch auch Zeit haben! Guck mal! Na, hübsches Kind! Schatz!